Oh, perfekter Pass in die Mitte und Matl hechtet. Oh, und Solé fehlt jetzt in der Viererkette. Auf rechts ist er komplett blank. Mabaya! Salah, Salah zieht vorbei, Salah. Dann wird der Wickel zu spitz. Verdeckter Schuss, Salah fast mit dem Follow-up. Thiago zieht hier das Tempo an. Die kombiniert sich durch, das ist so stark. Matl! Wow! Ein großes Essence. Scharf, Flanke wird scharf gemacht. Schießt Bernet an. Nachschuss. Und jetzt haben wir ihn hier. Oh! Starker Schuss von Alexander-Arnold. Oh, Firmino Frech. Gibt den nächsten Eckball. Schuss von Alexander-Arnold. Bis zum nächsten Mal.